Am Boden bereit steht Mirella Pascar aus Rumänien, fünfte der Europameisterschaften, Stufenbahn-Europameisterin zusammen mit Vytlana Bukinskaya. 15 Jahre, zu Gara gebückt. Da war sie mit einem Bein, außerhalb der zwölf Meter, zwölf großen Fläche. Zwölf mal zwölf Meter großen Fläche. Ein Sehnelabzug. Eine Musik in die Tatsache. Ein Sehnelabzug. Ein Sehnelabzug. Ein Sehnelabzug. Ein Sehnelabzug. Ein Sehnelabzug. Mirella Pascar aus Rumänien. Der rumänische Turnverband versucht ja die Lücke zu schließen, die entstanden ist durch den Rücktritt.